Wie ist die Neurologische Abteilung in der Klinik Otterkring? Schönen guten Tag, mein Name ist Walter Birker. Ich bin Leiter der Neurologischen Abteilung in der Klinik Otterkring, vormals Vigeminnenspital. Und ich begrüße Sie hier zu einem Kurs zum Thema fortgeschrittene Parkinson-Krankheit. Meine Aufgabe wird hier sein, dass ich Ihnen einige Probleme der fortgeschrittenen Parkinson-Krankheit etwas näher bringe und ein paar Fragen, die mir im Alltag von Patientinnen und Patienten immer wieder gestellt werden.